Hallo, wir sind hier auf JokeTV und der Nächste, der euch ein Witz erzählt, ist er. Ciao zusammen! Ist das da rausgegangen? Wir sind Akra, das sind Demo, das ist Marc, der andere Demo und der Dominik. Ich bin Roger. Das ist Sony. Äh, JokeTV. Also, hör jetzt. Es ist rosenrot und schwimmt im Meer. Was ist das? Ein Meerjungsoll. Ein Meerjungsoll? Es ist mein Name noch nicht fertig. Es ist braun und schwimmt im Meer. Okay. Ein saubrot. Nein! Es ist hellbraun und fliegt quer durch die Backstube. Hellbraun und fliegt? Ja, das ist ein Schussgipfel. Ich meine, es ist läng und braun und stört beim Laufen. Ein Ragusa im Schuh. Ja, ein Ragusa im Schuh. Ja. Es ist mal einer vor einer Beize gehockt, die die Heulen hörte. Und er ist einen durchgelaufen. Sie sieht das und sagt, du, geht es dir nicht gut? Kann dir etwas helfen? Und er sagt, nein, nein, es ist alles in Ordnung. Ja, aber du heulest doch hier. Also, ist die Beize nicht offen? Oder was ist denn das Problem? Er sagt, Mama, die Beize ist offen. Ja, hast du denn kein Geld? Oh, Geld habe ich. Aber wieso sitzt du hier und heulest? Ja, weisst du, ich habe einfach keine Durst. Nein. Oh, ich sage das. Sorry. Oder wie. Ja, dying. Ingenie passiere. Entschlungen us. Ingenie.